Einen wunderschönen Motivation Friday wünsche ich euch allen. Ja, und zwar hatte ich ja am Sonntag ein Instagram Live Video und am Mittwoch auch. Und da ging es einfach um das Thema an sich selbst glauben und das Gedanken wahr werden, wenn man an genau das immer glaubt, was man sagt. Und es stimmt auch, immer wenn man sich zum Beispiel negative Sachen sagt, werden die auch logischerweise wahr, weil man immer wieder daran denkt. Und wenn man positive Sachen sagt, genau dann passiert das und das Resultat folgt. Und das Coole ist, ich kann euch jetzt eine super, super tolle Mitteilung machen. Wir waren nämlich sehr, sehr fleißig und haben etwas für euch kreiert. Und zwar eine Newsletter. Endlich ist er da in der Infobox. Geh jetzt runter in die Infobox, trag dich für den Newsletter ein und dann bist du immer up to date und bekommst immer News per Newsletter, tolle Tipps, Motivationstipps und auch wann und wo wir überall sind. Und coole Geschenke sind auch dabei. Also trag dich jetzt ganz, ganz schnell ein. Und dann bist du Team NG Mental Coaching und mit dabei. Und ich freue mich auf dich und wünsche jetzt einen total coolen Motivation Friday. Glaube an dich und setz das um und denk dabei positiv. Und wenn dir das heutige Video gefallen hat, dann teile es mit deinen Freunden, mit deiner Familie, mit allen, die du kennst. Lass einen Daumen nach oben da. Kommentiere mit Hashtag Team NG Mental Coaching und folge hier diesem Kanal Mina Graber und überall auf Facebook, Instagram, überall. Dann verpasst du nichts mehr, bekommst immer Motivation. Und ja, dann freue ich mich auf dich, dich nächsten Freitag um 10.30 Uhr wiederzusehen, wenn es wieder heißt Motivation Friday. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Und ja, dann freue ich mich auf dich.